Liebes Publikum, um Ihnen die Wartezeit auf kommende Vorstellungen hier im Theater Ulm zu verkürzen, laden wir Sie zu einem mehrteiligen Quiz ein. Zitate aus der Operettenkiste. Funktioniert ganz einfach. Ich stelle Ihnen ein kurzes oder auch ein längeres Zitat aus einer Operette vor und Sie finden heraus, aus welcher Operette es stammt. Das Rätsel beginnt aber erst nach diesem Schritt. An jedes Zitat schließt sich nämlich eine spezifische Frage zum gesuchten Werk oder dem Komponisten an. Das Stück zu erraten ist also nur ein Zwischenschritt für die eigentliche Frage. Wenn Sie am Ende aber die richtige Antwort wissen, dann schreiben Sie uns das per Mail oder auf postalischem Weg und weil das Ganze ja ein Quiz ist. Ja, es gibt auch was zu gewinnen. Lassen Sie sich überraschen. Malwine, ach Malwine, du bist wie eine Biene. Du kehrst bei jeder Blüte ein und raubst der Liebe Honig sein. Das rührselige Zentrum dieser gesuchten Operette ist ein betagter Herr namens Blasius. Was ist sein Beruf? A Kunstschmied, B Domkapellmeister oder C Glasbläser. Viel Glück! Vielen Dank! Vielen Dank!